Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Raft! Hallo! Diesmal wieder mit Musik! Ja, wir haben den Bug gefixt. Ja, durch Zufall. Man muss, ich erkläre es einmal ganz kurz, wenn man einmal bei Pausen zwischen Musiktiteln kurz auf kurz stellt und dann wieder auf keine ändert, hat man Musik. Das ist halt modernste Technik. Wir mussten uns darüber dann ausgiebig informieren. Wir haben kurz ein neues Studienfach belegt. Das gab es vorher noch nicht. Und ja, das ist dabei rumgekommen. Das ist Raft-Fixing. Alter, ich habe gerade wieder... Raft-Fixing. Oh, das ist ja gut. Ich fische schon Fische. Du fische-Fisch. Ich bin scheiße im Fische-Fischen. Fisch-Fischen. Ja. Du darfst übrigens gerne einen Fisch wieder aufs, äh, aufs Dings legen, ne? Ich habe den mal freigemacht. Ja, Moment, die fangen kurz ein. So, hier. Es kann sein, dass mein Internet heute echt ein bisschen rubspinnt. Ist das bei dir immer noch am Ruckeln? Ja. Aber ist das denn spielbar? Ja, ja, es ruckelt nur hin und wieder ein bisschen. Okay. Das ist aber schon scheiße. Es ist Bier da, aber ist okay. Aber hast du das denn bei anderen Spielen auch manchmal? Nee. Okay. Ich denke, vielleicht einfach nur, weil... Weil sie nur eine gehostete Welt ist. Okay. Aber es... Also, solange es für dich machbar ist, okay, ne? Sonst musst du sagen, ne? Ja, ja, nee, 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 nee. Das ist alles gut, also gut. Du sollst ja schon auch einen vernünftigen Videocontent generieren können. Das ist okay. Das sind die Leute von mir nicht gewohnt. Gut, aber wenn ich mit dabei bin, dann ist das was anderes. Huch. Ja, dann wird es noch viel schlimmer. Aber nur inhaltlich, nicht von der Videokwalität. Das stimmt. Die Videokwalität ist auch vorher schon scheiße. Ich schaffe es, das soziale Niveau noch zu sinken. Ah, eine Kerzenflasche. Eine... Hab ich gemacht. Was? Eine... Ich hab erst eine Katzenflasche verstanden. Ne, eine Kerzenflasche. Ich guck mal nicht dran. Was hat denn wer für kurze Arme, der Dude? Oh, da hinten ist übrigens wieder eine Insel. Können wir eigentlich... Eine Insel mit zwei Bergen. Ja, sie hat nur einen. Ach, scheiß Insel. Was denn... Hä? War da nicht hier irgendwo? Ah, hier. Ich hab mal einen Paddel gemacht und paddel uns mal zur Insel, Chi. Okay. Und ich habe echt Hunger. Ja, der Fisch ist gleich fertig. Geil. So, komm ich da hin? So. Können wir mal umsetzen hier. Ich habe sogar für die Bewerbungsgespräche, die ich hatte, eine Jeanshose angezogen, wo man die überhaupt nicht sieht. Oh, hallo Insel. Echt? Warum tust du das? Weiß ich nicht, wie ich blöd bin. Ich freue mich ein bisschen. Aber es ist ja so, dass man, äh, wenn man eine... Also sich ordentlich anzieht für solche Termine, dass man angeblich dann auch ein besseres Auftreten hat. Ja. Kann ich hier... Das war natürlich auch mein Hintergedanke. Oh. Bist du... Oh. Ich hab mal eine Axt gemacht und fälle jetzt diesen Baum. Geil. Oh. Oh, hier gibt's Mangos. Die ich nicht ernten kann. Warum kann ich... Ich will die Mangos aber ernten, bevor ich den Baum fälle. Ach, ich ernte die Mangos, indem ich den Baum fälle. Alles klar. Ist es klar. Natürlich. Dass mir das nicht sofort aufgefallen ist. Normale... Normale Logik. Ach, sehr fix. In RL muss man auch immer den Baum fällen. Um etwas zu ernten. Ja. Kann ich hier eigentlich... Oh. Cool. Guten Tag. Ernte hier gerade ein bisschen Schrott, was hier rumliegt. Ich hoffe, der Hai greift mich jetzt noch nicht hier an. Nee, der ist irgendwo. Ich bin nämlich in unmittelbarer Nähe zur Insel, also im sehr seichten Gewässer. Aber ich dachte, ich nehme mir das mal mit. Haben wir eigentlich noch was zu trinken an Bord? Ja. Geil. Oh, da ist auch noch was. Ja. Hier liegt nämlich ein bisschen Schrott rum. Oh, was ist das? Abysel. Au, ah, ah, ah. Oh, okay. Das fand der Hai jetzt nicht so gut, dass ich den Stein hier weggenommen habe. Ich glaube, das war sein Lieblingsstein. Mann, ey. Du musst ihn doch vorher fragen, ey. Ja, aber er war ja nicht da. Und dann kam er sofort mit schlagenden Argumenten um die Ecke. Da konnte ich nichts mehr gegen einwenden. Oh, ja. Bei mir auch. Jetzt mal gucken, ob ich die Aufnahme gestartet habe. Nö, Mann. Es ist immer so. Es ist einfach immer so. Stimmt, wenn man die Panik erst nach so einer Stunde hat und da erst mal guckt. Und dann feststellt, dass man nicht aufgenommen hat. Dann ist es auch viel besser. Aber das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, wann ich das zuletzt hatte. Kommt wohl hier und da mal vor. Mir ist das im Stream, also wo ich, glaube ich, Dissent Dreamlight Valley aufgenommen habe, bis mir das einmal passiert. Aber es ist auch schon eine Weile her. Sind wir hier fertig auf der Insel? Also ich habe soweit alles. Ja. Oh, kleines Trophäenbrett. Vogelscheuche. Mittleres Trophäenbrett. Sammel... Oh, Sammelnetz. Geil. Oh. Ich weiß, was definitiv unser nächstes Ziel ist. So, was braucht man denn für Sammelnetz? Alter, acht Seile? Acht Seile für ein Sammelnetz? Was ist denn das Scheiß Sammelnetz? Äh, bei der Kiste, bei anderen. Ach, da. Acht Seile. Boah. Leck mich am Arsch, ey. Ich habe zehn Seile. Was wollen wir noch? Ich habe heute nie... Ah. Ich brauche... Holz. Magst du uns mal wieder in den Strom paddeln? Äh... Ach, da hinten. Ja. So ein bisschen außerhalb. Battle, battle, battle. Battle, battle, battle. Ich habe übrigens drei Sammelnetze gemacht. Wie? Oh, wie? Ich kann wieder ein Fischchen auf den Grill legen. Boah, Alter. Wenn man paddelt, dann sinkt Hunger und Durst. Also man kann richtig sehen, wie die Anzeige sinkt. Und dass ich ein Fischchen auf den Grill gelegt habe. Boah, ist krass. Und es ist auch noch... Reicht das? Alter. Was muss ich denn noch hier rüber? Jetzt habe ich getrunken. Ach so, du musst auch mal Dinger nachlegen. Planken, bitte. Beim Getränk auch. Weil ich habe leider keinen mehr. Boah, ich bin so froh, dass ich bei dem Spiel keine Facecam anhabe. Ich gucke die ganze Zeit wahrscheinlich echt verpeilt. Ja, ich gucke ein bisschen leer. Aber ist okay. Ich bin so... Ja, man sich irgendwie auf das konzentriert hat, was man da gerade tut. Ich glaube, wir müssen gerade nur ein bisschen warten. Oh, ist da gerade ein Hai? Ach so, ja. Hast du zufällig einen Speer? Ich bin gerade mit Paddeln beschäftigt. Nein, er hat es kaputt gemacht, der Arsch. Oh nein. Nein, Paddeln bin ich weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin wieder... Nein! Huaha! Was passiert hinter mir? Ich habe Probleme. Echt? Nein! Ja. Aua. Soll ich mich mal umdrehen? Naja, ist gut. Nein! Au! Kannst du mal aufhören zu paddeln? Ich sag doch, soll ich mich umdrehen. Anstatt einfach zu sagen, so von wegen, könntest du aufhören zu paddeln? Ich würde dir gerne helfen, aber... Ja, oh mein Gott. Oh, wie geil. Oh, wie geil. So ist mein Paddel eh kaputt. So. Blöder Kack, Haifisch, Arschkopf. Mann. Wie ich denn, wenn du diese Geräuschkulisse hörst, dann schaffst du es nicht ins Wasser zu springen, also aufs Floß zu springen, ist so... Ja, ich hatte genau in dem Moment die scheiß Ruckler. Und nachdem du immer weitergepattelt bist, bin ich hochgesprungen bei dem Ruckler. Und dann einfach instant auf die gleiche Stelle wieder reingefallen ins Wasser. Oh nein, oh nein. So war es einfach zu schnell für mein Hüpfen. Das war nicht nett. Ich bräuchte wieder Planken im Grill. Ich hab leider keine mehr. Ich bin allgemein echt schlecht, was Planken angeht. Achso, hier ist Koch grad noch durch. Ah, mit Musik ist es viel angenehmer. Ja, das stimmt allerdings. Achso, warte, wenn du kein Paddel mehr hast, dann... Such ich mal da. Ach, ficken, Planken. Was? Was? Ja, doch, Planken habe ich keine Planken. Geht schon wieder los? Ist es schon wieder soweit? Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich fluchen, wenn ich fluchen möchte. Lass mich fluchen, wenn ich fluchen will. Ich hab übrigens mal einen Fisch wie erlaubt zu essen. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Ich hab noch eine Kokosnuss. Die hab ich geklaut. Kokosnuss, die hat die Kokosnuss geklaut. Hä? Okay. Du bist doch... Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Eins. Ja, das war jetzt wohl nix, ne? Ich hab ein bisschen zu niedrig gezielt. Nein, jetzt war ich zu langsam. Damn it. Achso. Na, wenigstens ist das. Oh, was ist das denn? Was denn? Guck mal, was ich hier habe. Ui. Das ist ein Möbelding, oder? Mach's auf, mach's auf, mach's auf. Oh. Oh, wie hübsch. Achso, ich könnte mal wieder ein Fisch. Huch. Jetzt hat's bei mir auch kurz geruckelt. Ich hab wieder Fisch nachgelegt. Ah, frischen Fisch. Haben wir hier Wasser drin? Ja. Aber ich brauch grad keins. Ach, natürlich. Planken. So. Meine Nemesis. Planken. Lanken. So. Wie doof auch einfach, ne? So richtig produktiv. Ich guck dir dabei zu, wie du Sachen aus dem Wasser ziehst, ne? Ah. Also das ist übrigens die Hauptarbeit in diesem Let's Play. Ach, nur am Anfang, glaube ich. Sachen aus dem Wasser ziehen. Blöder Arsch. Geh weg von meiner... Arsch. Hä, ich hab mein Ding zuerst ausgeworfen. Ja, weil ich noch gezielt habe. Oh, ich hab was gefunden. Guck mal. Du kannst mich mal. Ich hab'n Becher gefunden. Was bringt denn ein Becher im Verhältnis zu einer Tasse? Ein Eimer? Nützlich beim Melken. Ja, du. Chi, darf ich dich mal melken? Nein. Aber du bist doch ein Mann. Du auch. Melk dich selber. Huch. Jetzt aber ab. Oh, nein. Du hässlicher Kackbratzen, ne? Du stinkst, hast keine Freunde und bist alleine. Warum rierst du denn immer so über mich? Weißt du, ich find's ja immer bemerkenswert, dass du dich sofort angesprochen fühlst. Ja. Oh, guck mal da vorne, Chi. Eine Insel? Sollte ich uns da hinpaddeln? Oh, verschlichte. Ja, du. Also so vielleicht, wenn du magst. Ich mein, die sieht schon extrem sexy aus, ne? Da war. Ich würde dir gern helfen, aber mein Paddel ist leider kaputt. Wow. Ah, ich kann sogar durchgehen. Ne, kann ich nicht. Okay, dann machen wir das auch mal so. Ich muss mir sagen, wenn wir angekommen sind, weil ich seh nix. Äh, dauert noch etwas. Okay. Paddel, 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 paddel. Nein! Ah, jetzt hab ich die Rübe gegessen. Ach, Rübe! Was machst du denn hier rüber? Was bringt dieser Bauplan eigentlich? Äh, nicht. Dafür brauchen wir, glaube ich, noch einen anderen Tisch. Hm. Komisch. Chi, wir sind da. Du kannst aufhören zu paddeln. Äh, meinst du, das Fluss bleibt hier, oder? Äh, ja, oder? Nein! Wobei, ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Doch, eigentlich könnte es jetzt nicht abhauen, ne? Das hängt ja eigentlich schon relativ safe. Eigentlich. Ja, ich glaub, das passt schon. Was, dein Teller ist gerutscht? Ja. In der Küche. In der Küche ist dein Teller verrutscht. Ja. So, was haben wir hier? Blumen. Oh, was ist das denn hier? Kiste. Cool. Oh. Was hast du denn diese Kiste gefunden? Oh, ich hab, ich hab einen Händler gefunden. Einfacher Angelköder. Benötigt Müllwürfel. Oh, der hat Wassermelonen. Cool. Also, die wachsen hier. Und Ananas. Nimm mich mal mit. Oh nein, ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Nein. Ich hab auch Melonen. Oh, warte, ich hab hier noch einen Dekorationsgegenstand. Den kann ich mal eben aufmachen. Eine Uhr. Jetzt wissen wir immer, wie ich spiele. Das ist. Ja, mein Inventar ist leider voll. Das ist, äh, nicht so cool, ne? Rote Beeren. Oh, die will ich auch mitnehmen. Scheiße. Das ist doch eine Kiste. Ach, das kann ich stacken. Sehr geil. Ach, da bist du. Geil. Oder noch mehr Bieren. Rote Beeren. Ah ja. Weiße Blume. Wir sind kurz zur Stelle da hochgekommen. Ähm, da an der Seite geht ein Weg nach oben. Hätte mir nicht auch gegangen, aber... Mangosamen kann ich nicht aufnehmen. Scheiße. Chi, hast du noch freien Platz im Inventar? Äh, ja. Einen. Wo bist du? Ich bin hier. 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 Gott. Ich bin gerade sehr langsam unterwegs, weil ich habe Hunger. Moment. Du hast Hunger? Ja. Ja, warte. Dann gebe ich dir einfach... Nein, jetzt ist mein... Mein Inventar ist jetzt auch voll. Hast du was zu essen gerade? Ja. Warte, warte, warte. Wenn du Hunger hast... Ich schmeiße mal die Blumen weg. Scheiße. Hier, äh... Du hast Hunger. Dann nimm mal das hier. Was ist das denn? Achso. Da kann ich nämlich da oben eben noch den Mangosamen mitnehmen. Ich hoffe, der so nicht despawnt. Ne. Sehr geil. Ne, ich habe auch gerade den Mangosamen. Deswegen war es bei mir auch gerade voll. Ein Mangosamen. Oh, geil. Ähm. Ich glaube, wir brauchen Stuff-Gee. Damit wir unser Floß vergrößern können. Damit wir sowas wie Kisten mal bauen können. Oder vielleicht... Warte mal. Ich kann vielleicht schon mal... Können wir überhaupt Kisten bauen schon? Ja. Eine einfache Lagerkiste. Aber die ist, glaube ich, super witzig. Wo ist denn die überhaupt? Ziegel? Paddel? Sabber! Oh, oh. Komm mal. Piep! Genau jetzt ist mein Speer natürlich kaputt. Dankeschön. Na, das ist gut. Äh, wo ist denn hier? Ich mache mir direkt mal einen neuen Speer. Nein, ich brauche dafür ein Seil. So, ich habe ein Seil. So. Hä? Ähm. Jetzt habe ich den Fisch so gefressen, Alter. Was ist denn los mit mir? Kenn ich. Ach, dumm. Ähm. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Wo ist denn hier die Kiste? Ach da, kleines Lager. Kleines Lager. Dumm, dumm. Gott. Dumm, dumm. Dumm. Ähm. Kann ich... ... für sanftes Drehen erhalten? Oh, ich habe Durst. Ich habe ein Sammelnetz. Ach so. Ja, ich habe auch noch drei im Inventar. Kann man die einfach so wieder abbauen? Äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und worum gehören die? Ich glaube, das ist egal. So, ich packe mal hier ins Lager so ein paar... Ich warte mal noch, bis wir wieder auf da... ... ein paar Sachen rein, die... ... hier Bolzen, Glas... ... die Samen packe ich da auch mal erst rein. Oh, Entschuldigung, ich paddel. Sorry, wollte ich nicht. Ja, äh, von mir aus können wir weiter, ne? Ja. Oder? Okay, warte. Dann muss ich aber nochmal was trinken. Ja, oder? Warte, warte, warte. Lass mich nochmal ganz kurz auf die Insel. Ähm. Was packe ich denn dann noch rein? Du bist ja hier, ne? Ja, ja. Äh, ich lass den einen Platz nochmal grad frei. So, mal gebraten. Oh, hier ist ja noch eine Melone. Direkt bei uns am Floß. Was zur Hölle? So, ah, ich glaube, du bist diesen Weg hier hochgegangen. Bist du, bist du den Weg links hochgegangen? Ja. Ja, ich bin rechts hochgegangen. Okay, dann passt das. Ähm. Linder, den Hunger... Oh, hast du die Bolzen schon, äh... Erforscht? Ne, die hab ich gefunden. In der Kiste, die oben war. Okay, warte, ich erforsche die mal. Weil dann können wir wieder einige neue Sachen lernen. Ähm. So. Uh, ein Lager. Sehr nice. Metallangel. Ah, schön, schön. Große Anbaufläche. Schön, schön, schön. Schrotthag. Oh, schön, schön, schön. Metall, ja. Oh, schön, schön. Oh, da ist ein Vogel. Ich hab... Ja, der sitzt bei mir im Voice. Hä? Ach so. Entschuldigung, hat kurz gedauert. Ich hab's gemerkt. Ich hab so einen Muskelkater. Der hat einen Stein, ähm... Ah, der greift mich ja an. Ach, das sind diese Kackvögel. Stimmt, ich erinnere mich an die. Oh, ist das lange her, dass ich davon was gesehen hab von dem Spiel. Stimmt, hier gab's ja so Kackvögel, die einen angreifen. Scheiß Kackvögel. Und hier ist ein Schwein. Ja. Das ist doch so ein Witz. Das ist auch hin und wieder bei mir im Voice. Nee, ich bin der Vogel, tut mir leid. Ich kann nicht beides sein. Hey, oh, hier sind zwei. Alter, was? Hast du Probleme? Au, Alter. Okay. Die sind schon sehr ungeil, diese Schweine. Und der Vogel auch noch. Willst mich verarschen. Kann man da oben noch mehr Bäume fällen? Du, ich hab gerade zwei Schweine und einen Vogel am Hintern. Ich hab gerade andere Sorgen. Nix ist mehr Verlass. Alter, ich verfolge mich immer noch, diese scheiß Schweine. Das gibt's doch nicht. Und der Vogel auch noch. Oh, ihr seid doch alle hässlich. Ihr seid doch alle hässlich. Hä? Ich kann verstehen, warum sie krankig auf dich sind, wenn du die so behandelst. Die haben angefangen. Gar nichts dafür. Haben sie gar nicht. Haben sie wohl. Kann sie gar nicht beurteilen. War sie nicht dabei. Ist jetzt eine Alanas vor Frust. Ach. Ach, da, ich seh die Vögel. Zumindest den Vogel sehe ich. Alter. Oh Gott, der hat mich voll mitgenommen. Aber was haben die denn bitte für eine Range? Wie lange verfolgt die einen denn? Was ist mit denen? Ich hab halt ein persönliches Problem mit dir. Wo ist überhaupt das Floß? Alter. Oh Gott. Auf der anderen Seite. Da, da ist es. Ich seh's. Auf der anderen Seite. Gibt's hier Fallschaden? Nee, ne? Doch. Ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Ich kenne halt immer nur so ein paar Videos von Let's Game It Out. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es in dem, wo es bei Raft war, wo er sich immer lustig über den Fallschaden gemacht hat. Oh, hi, hi. Hi, hi. Das sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Vielleicht stirbt der endlich mal. Okay, dann kann man den essen. Ja, ne? Ja, guten Tag. Hi. Hi, hi. Oh, du hast Besuch. Oh, warte mal. Ich hab Besuch. Oh. Kommst du noch mal her, bitte? Okay. Ich glaube, es kommt noch mal. Oh, jetzt hab ich Ruckela. Alter. Das gibt bestimmt gutes Fleisch. Geil. Das ist ja gedrückt halt, ne? Guck mal. Oh nein, ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Kein Problem. Boah, soll ich uns mal so ein Steak hier drauflegen? Guck mal hier. Ja, bitte. Oh, guck dir das an. Oh, wie geil. Oh. Oh, ich hab auch Hunger. Aber mach du ruhig. Oh. Ich hab nur. Das ist ja fantastisch. Real-Life-Hunger. Was denn? Oh. Ja, mach dich hübscher. Kann man nicht leugnen. Möchtest du mal meine Hörner anfassen? Immer kommen sie her. Kommen sie her. So, ja, hier ist... Alter, was ist denn hier los gerade? Achso, ich wollte hier noch kurz reparieren. 35% Gesundheit. Also, von mir aus können wir, ne? Paddeln? Okay. Ich paddel zurück in den Strom. Paddel, 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 paddel. Bewegt sich irgendwas? Ja, 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 ja. Äh. Nein. Wir paddeln uns mit so einem blöden Stein zu. Das ist ja voll die Scheiße. Na gut, das ist auch die richtige Richtung. Das ist die richtige, falsche Richtung. Also, wir sind immer noch am Strand, ne? Ja, sehr still. Du musst paddeln. Du musst mehr paddeln. Ich paddel. Aber es geht nicht. Ich glaube, wir müssen erst mal von diesem Strand da weg. Und dann können wir... Kann ich die Kokosnuss da nicht essen? Oh ja. Toll, die bringt exakt gar nichts. Scheiß, Kokosnuss. So. Chi, das erste Fleisch ist fertig. Möchtest du, oder? Nee, das kriegst du. Gut. Ich nehm den. Oder du hast ja zwei, ne? Boah, das bringt wirklich viel was. Ich pack das zwei. Nein! Oh nein, ich hab das rohe Fleisch gegessen. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Mann, aber warum muss das... Willst du nicht abhungern? Warum muss das denn auf der linken Maustaste auch liegen? Oh, ist doch scheiße. Ach, alles gut. Ich hab doch... Ja, ich hab auch sonst noch... Ich hab leider keinen Paddel mehr. Ja, du. Ich glaub, das reicht schon. Ich würde vielleicht mal... Ich hab mir nochmal ne Paddel gemacht. Wenn wir wenigstens komplett in den Strom reingehen. Machst du gerade die Netze? Ja, und ich würde das... Also mein Ziel ist eigentlich, dass wir... Vielleicht umlaufend Netze machen. Mhm. So. Achtung, hier ist noch ein Loch. Oder warte, du hattest noch ein Netz? Ich hatte noch ein Netz, ja. Magst du das mal eben geben? Dann mach ich das Loch zu. Was zeigst du mit deinem Finger auf mich? Ja. Da. Dankeschön. Bitteschön. Ähm. Schast mal die nicht. Ja, gut, sieht halt kacke aus. Aber was willst du machen? Kann man da durchfallen? Nee. Okay. So. Hast du den Strom gepaddelt? Doch nicht wirklich, ne? Ich paddel doch mal weiter. Oh. Paddel, paddel. Paddel. Ah du, da passt schon. Diese Samen einfach, diese blauen, gelben, was auch immer. Ja, die hab ich da reingepackt. Oh, Glas hast du aber nicht erforscht, oder? Oh nein, das hab ich übersehen. Oh, gucke mal. Ein fortschrittlicher Reiniger, jawohl. Das, äh, oh. Was ist oh? Gott, unser Floß ist grad ein bisschen kleiner geworden. Was hast du gemacht? Gar nix. Ich nicht. Ich wollte es verhindern. Ach so. Ja, ich hab gepaddelt. Ja, ich hab's da ja zu spät bemerkt. Oh, eine Rübe ist fertig. Oh ja, das ist meine Rübe. Weil ich verhungere ein bisschen. Haben wir hier noch... ...mit Süßwasser füllen? Ach so. Ja, klar. War doof. Manchmal bin ich so Brain-AfK, ne? So. Ich glaub, das wäre in dem Spiel noch öfter passieren. Was? Wie kann ich denn jetzt... Hier. Oh, da brauchen wir Glas. Wie kann man Glas herstellen? Ich glaub, dafür brauchen wir Sand und einen Brenner. Da kommt der Insel auf uns zu. Was? Hä? Da, in die Richtung, da hinten. Hinter dir. Ach so. Das ist ja keine Insel. Das ist so ein... So ein Floß. So ein Floß, ja. So, was haben wir denn hier? Was können wir denn da noch? Dekoration. Wir können... Können wir Glas herstellen? Ne, wir können gar kein Glas herstellen. Ne, wir brauchen dafür so ein Ofending. Ein Ofen? Ich meine, man braucht dafür einen Ofen. Aber einen Ofen können wir auch noch nicht machen. Ne, den müssen wir, glaub ich, auch noch erforschen. Wir haben uns da so einen scheiß Forschungstisch stehen. So. Oh, aber das könnten wir mal machen. Schmelze, genau. Dafür brauchen wir noch einen trockenen Ziegel. Dafür brauchen wir Sand und Boden. Ich weiß aber nicht, wie wir Sand und sowas kriegen. Ach, ja. Wenn man sonst nichts hat, ne? So, dann Pfeil und Boden. Ich hab keine... Da, Schaufel. Dafür brauchen wir einen Metallbarren. Wenn man noch irgendwas Schaufel-ähnliches... Ne. Wie macht man das denn? Ich glaub, wir werden es irgendwann herausfinden. Ja, wahrscheinlich nächste Folge. Meinst du, da werden wir es schon herausfinden? Ja. Ich weiß ja nicht. Doch, ich bin da guter Dinge. Ah. Ach so, by the way. Vielleicht sollten wir es nochmal erwähnen. Ähm. Ach so, ja. Wir nehmen übrigens aktuell hart im Voraus auf. Das heißt, es kann durchaus sein, wir wissen selber noch nicht, wie weit im Voraus. Aber ich würde es durchaus als im Rahmen des Möglichen erachten, dass wir durchaus, ja, 20, 30 Folgen vielleicht nachher haben und die dann erst anschließend hochladen. Also, wir bitten um Nachsicht, wenn wir nicht auf etwaige Kommentare eingehen können sollten. Das hat Gründe bei uns beiden, die wir hier jetzt nicht näher erläutern möchten. Das würde, glaub ich, auch das Ganze ein bisschen... Das ist doch nur ein Witz. Sprengen. Äh, das würde das Ganze, genau, ein bisschen sprengen, etwas zu harsch machen und, äh... Alter Kackbun, ne? Ähm, nee, deswegen einfach nur zur Information für euch, ähm, dass ihr euch nicht wundert, ne? Aber selbstverständlich dürft ihr natürlich trotzdem gerne an diesem Let's Play mit teilhaben. Das würde uns beide auch sehr freuen. Ja, wir holen alles nach, was ihr in die Kommentare schreibt. Genau, und wir werden auch alles, was ihr in die Kommentare schreibt, umsetzen. Mhm, selbstverständlich. Mhm, also wir sind guter Dinge, dass dem so sein wird und, tja, da hast du spät gefreut, wa? Ja, 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 ich weiß. Ja, dann nächste Folge, Chi. Ja, nächste Folge. Ja, klingt gut. Dann, äh, gucken wir mal, wo uns die Wege weiter hinführen und, äh, erste Netze sind, sind da und, ja, erste Insel erkundet, erste Abenteuer erlebt, also... Die Reise beginnt. Ja. Ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis zur nächsten Folge, liebe Freunde und, äh... Macht es gut. Tschüdeldu. Bye, bye. Tschüdeldu. 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 Tschüdeldu.